Willkommen zu Let's Play Cluster Truck mit Kugelser Schmerz und Ability sind 25.000 Punkte ich habe momentan ja Double Jump und Slow Motion was kann ich da noch jetzt machen einen Air Dash Jetpack das wäre natürlich auch interessant ich lass mal jetzt wie es ist und wir spielen jetzt hier in der Antike in der Welt Sex und Let's Go was erwartet mich hier ist ein Pfeil der mich da hinbeißt oder Slow Motion mit Slow Motion ist alles einfacher da hat mir jetzt der Doppel Jump grad den Arsch gerettet da hat er mich jetzt grad nicht den Arsch gerettet der Doppeljumps hat er mir sogar den Arsch hat er mich verarscht und dann hierher und Doppel Jump ins Ziel naja ganz easy ok nächste Level Oh ein Psychopath Ah shit Ah ganz knapp vorbei das war natürlich jetzt ein bisschen ärgerlich das ist zu schnell bin ich da schnell bin ich da also da manchmal ist es echt nicht einfach die Orientierung zu behalten hier Boah eh da muss ich richtig schnell sein der fährt eine Sekunde zu früh gegen die Scheißwand Ah ganz knapp wieder drüber warum fährt er nach links der Trottel mein Bleib doch da man da es ist ein fieser Level ey komm ist dein scheiß Ernst ich rutsch an dem vorbei ach ja boah 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 ah shit das war jetzt mein Fehler Boah leek Junge 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 Spinnt doch Next H процäte kass Alles klar. Eigentlich würde ich versuchen, durchzujumpen. Ungefähr so. Was ja fast gerade funktioniert hat. Ja. Yes, 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 yes. Next. Aber diese Level sind nicht einfach. Die sind definitiv nicht einfach. Das reicht mir. Ja, easy, easy, easy. Ja, der war jetzt nicht so schwer. Das war einfach nur Timing. Ah, gibt es einen Bonus, den ich es gleich beim ersten Mal schaffe? Okay, das ist faszinierend. Uh, und wieder beim ersten Mal. Ja. Das da vorne sieht lustig aus. Bumm. 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 Aber genau in dem Moment, als ich es durchgehen wollte. Bumm. und okay das ist wichtig fies ja baby bin ganz vorne mit dabei also diese zeitlupen diese zeitlupen diese zeitlupen effekt diese zeitlupen möglichkeit hilft einem extremst aus der patsche wow jabbatabadu da jetzt nicht ja alter verwalter oh oh shit ihr seid ja nicht mehr ganz sauber in der mütze boah Junge 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 ha 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 du 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 legst und rechts auf dich und dann doch nicht boah das irritiert nein er wollte nicht richtig springen wie ärgerlich boah das irritiert echt hurate boah okay level 9 von 10 in der 6 in der 6 höh her hier Dein Ernst? Dein Ernst jetzt, oder was? Boah, ihr seid ja nicht mehr ganz sauber in der Mütze. Wie habe ich das gemacht? Boah, hier, klar. Könnte ich nicht einfach hier auch durch? Nein. Ah, clever gemacht. Keine Chance, da durchzukommen. Ich muss auf jeden Fall durch diesen Block durch. Oh, hoppla. Ah, Mann. Überall hängen geblieben. Also, das war ja gerade wohl ganz schlecht. Mal gucken. Ah, fast. Ich gehe jetzt mal auf den hier. Ich weiß nicht, wie ich das vorhin geschafft habe. Das Fiese ist, dass ich sie, wenn ich das berühre und es ist echt klein und eng. Ah, ich bleib mal ein, weiter hinten. Ah, so funktioniert es schon. Äh... Okay, wenn ich da durch bin, kann es sein, ich möchte in die andere Richtung. Ich schaffe es. Ja. Ich muss in die andere Richtung. Fies. Boah, der Level war nicht ohne. Das war echt fies, durch diesen Stein durchzuspringen. Okay, das war Welt 6. Welt 7. Sci-Fi. Sehr cool. Science Fiction. Da bin ich gespannt. Ähm, Abilities. Könnte ich mir jetzt noch leisten. Ich lasse es aber mal. Ich hätte gerne später hier Super Truck, Super Truck, Super Truck, Super Truck. Mich würde interessieren, was das ist. Deswegen, ich spare mir das auf die 75.000. Ähm, und dann gucken wir mal, was das ist. Vielen Dank fürs Zuschauen bei Let's Play Cluster Truck. Bis zur nächsten Folge. Ciao. 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 Ciao.